Yo Leute, und hier bin ich auch mal wieder und ich möchte mich kurz was sagen zu einem bestimmten Thema und zwar euer Feedback zu dem letzten Video, wo ich halt zum ersten Mal die COD Beta euch gezeigt habe. Der hat mich richtig gefreut, das ganze Feedback und die Kommentare, es ist mir egal ob es jetzt Dislikes war oder Likes, es war auf jeden Fall ziemlich viel Feedback, viel mehr als bei den ganzen anderen Videos und da hat mich richtig gefreut. Und das soll jetzt hier ein kleines Video sein, wo ich mich ein bisschen darüber freue und ja, ich hoffe natürlich, dass sowas mehr kommt, aber das muss ich mir natürlich verdienen, ist ja klar, aber ich würde mich natürlich freuen. So, das wollte ich nur noch kurz sagen, heute kommt vielleicht noch ein bisschen Sniper Elite 4 raus und ansonsten geht es weiter mit den normalen Projekten und so. Gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen, äh, schönen Mittwoch, genau. Und haut rein, ciao, ciao.